Bereitet Ingrid Brill das Abendessen vor. Schweineländchen mit Rahmsauce. Und gegen H7 kam er dann auch angefahren, stellt das Auto ab, ach schau, jetzt kommt er, war schon ganz aufgeregt, weil ich das Mädchen mehr haben kennenlernen wollte. Du kommst, Benji, der Roman kommt gleich. Vor einmal startet er und wird weiter. Schauen wir mal, wenn ich weiter darf, dass ich dafür helfen war zu seinem Freund.